Willkommen zu einem neuen Webinar der Solid Gruppe. Mein Name ist Markus Blaschzock, ich bin Chefökonom bei Solid und Gründer von Blaschzock Research. Im heutigen Webinar thematisieren wir den Coronavirus, der eine Gefahr für die Weltwirtschaft darstellt. Dies bildet aber auch Chancen für den Goldpreis, der dadurch seine Horsen fortsetzen könnte. Der Palladiumpreis erreicht ein neues Allzeithoch, da das Defizit fortbesteht. Außerdem gibt es die neuesten Daten vom World Gold Council. Wie hat sich das Angebot und die Nachfrage im vierten Quartal entwickelt? Der Brexit ist ein Thema und zum Schluss gibt es wie immer die umfangreiche Chart- und Terminmarktanalyse zu den Edelmetallen. Seit drei Wochen hat der Coronavirus die Märkte fest im Griff. Während es vor circa anderthalb Wochen noch etwa 3000 bestätigte Infektionen waren, sind es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bereits 25.000 Infektionen. Bis zur Veröffentlichung des Videos können es schon 30.000 oder mehr sein. Es gibt mittlerweile 500 Tote durch den Virus. Das ist mehr als bei allen anderen Vierenausbrüchen, einschließlich SARS, die wir bis dato gesehen haben. In China stehen 50 Millionen Menschen unter Quarantäne. Mehrere Großstädte mit Millionen von Einwohnern sind wie Geisterstädte. Niemand verlässt mehr die Wohnung. Alle müssen in den Wohnungen bleiben. Leute werden isoliert. Es werden Krankenhäuser aus dem Boden gestampft. Und das hat natürlich massive Auswirkungen. Denn in diesem Quarantänebereich ist die Wirtschaft fast völlig zum Erliegen gekommen. Die Märkte sind verunsichert. Der Aktienmarkt brach kurzzeitig stark ein. Der Goldpreis ging nach oben und konnte sich auf hohem Niveau halten, wo er vielleicht sonst eingebrochen wäre. Insbesondere die westlichen Regierungen beschwichtigen, dass alles unter Kontrolle wäre. Dass das alles halb so wild wäre. Es gibt Desinformation im Internet. Es wird mit einer einfachen Grippe verglichen. In den USA wird das Ganze auf ganz, ganz kleiner Sparflamme gekocht. Aber in China sind die Probleme so dramatisch, dass die Bevölkerung unruhig wird. Und deshalb kann man sich sicher sein, dass die Zahlen geschönt ausgewiesen werden. Und die ganze Sache im Hintergrund viel, viel ernster genommen wird, als es nach außen den Anschein hat für uns. Viele Experten haben seit langer Zeit geglaubt, dass das kommunistische Regime in China die Opferzahlen weitaus zu gering ausweisen würde. Und diese in Wirklichkeit weitaus höher wären. Es ging in der Zahl um von 200.000, 250.000. Und jetzt gab es einen Fehler bei der Veröffentlichung, beziehungsweise dieser Fehler trat gleich dreimal auf. Als weitaus höhere Zahlen veröffentlicht wurden, als hätte man kurzzeitig die richtigen Zahlen veröffentlicht und dann schnell korrigiert. Und nach diesen Zahlen wären am 02.02. die Zahlen nicht bei 14.000 gelegen, sondern bereits über 154.000. Die Verdachtsfälle lagen dann real bei 80.000, nicht wie offiziell ausgewiesen bei 20.000. Die Heilungen wären nur bei 269 gewesen, die hat man höher ausgewiesen. Und die Zahl der Toten, die liegt dramatisch höher bei 25.000 fast, während offiziell nur 300 genannt werden. Man kann davon ausgehen, dass das kommunistische Regime die Zahlen schönt. Ganz klar, das würden wir in Europa nicht anders machen, die Regierungen. Man will die Bevölkerung ruhig halten, man möchte keine Panik verursachen, deswegen schönt man die Zahlen, man sagt den Leuten, es ist alles gut. Von daher kann man sagen, die Zahlen sind wahrscheinlich in real Höhe, aber ob sie so hoch sind, besonders diese Todesfälle, die schockieren richtig. Also man muss sich auf das Schlimmste vorbereiten. Und die Maßnahmen, die wir sehen, 50 Millionen Menschen unter Quarantäne, den Ausbruch in 28 Länder, das sind natürlich Maßnahmen, die schon darauf hinweisen, dass es vielleicht tödlicher sein könnte. Also man sollte sich vorbereiten, man sollte sich hier nicht in trügerischer Sicherheit wehnen, sondern eigene Initiative ergreifen, für sich vorsorgen. Denn sollte das Ganze nicht aufzuhalten sein, werden wir die Auswirkungen schon bald sehen. Denn die Aktienmärkte waren ja kurzzeitig massiv eingebrochen, S&P 500 bis auf 3200 Punkte, nachdem bekannt wurde, welche Ausmaße dieser Ausbruch des Coronavirus hat, besonders diese Unterquarantäne-Stellung. Und jetzt verwundert es eigentlich, dass der Dow Jones und der S&P 500 sich auf dem Weg zu neuen Allzeithochs befinden. Und das lässt sich ganz einfach erklären mit QI-Maßnahmen, die auch jetzt seitens der chinesischen Notenbank kamen, aber auch mit Meldungen, wonach es angeblich erfolgreiche Heilungen mit Medikamenten geben würde. Zum Beispiel die thailändischen Ärzte behaupten, dass einfache HBV, HIV-Medikamente in Kombination mit Grippemitteln den Virus besiegen würden. Man könnte somit einen Patienten innerhalb von 48 Stunden heilen. Aber auch eine chinesische Universität hat bekannt gegeben, dass sie ein effektives Medikament gegen den Virus hätten. Die WHO hat das mittlerweile dementiert, aber die Märkte feiern das eigentlich schon. Sie glauben, das Ganze ist gegessen und man kriegt es unter Kontrolle. Da wären wir uns jetzt nicht so sicher. Interessant ist zumindest dieser angebliche Heilungserfolg in Thailand mit HBV, HIV-Medikamenten. Denn eine indische Genanalyse des Coronavirus hat ergeben, dass er vier Einschübe des HIV-Virus hat, was nur durch künstliche Veränderungen des Virus hätte erfolgen können. Denn dementsprechend könnte es sich hier wirklich um ein versehentlich entkommendes Waffenexperiment halten. Eine biologische Waffe würde dann auch erklären, warum die Regierung, besonders die chinesische Regierung, so drastisch reagieren auf diesen Virus, auf diesen Ausbruch. So etwas hat es in der Tat noch nie gegeben. Sie wissen aus meinen Webinaren, dass wir hier an all den Märkten die Everything Bubble haben. Das heißt, wir sehen Blasen eigentlich allen Märkten am Aktienmarkt, am Anleihenmarkt, sehen wir Blasen am Zinsmarkt und das Ganze, weil die Notenbanken seit Jahrzehnten Geld drucken. Daher stecken wir aktuell auch in dem längsten Konjunkturaufschwung in der Geschichte und in der längsten Horse am Aktienmarkt. Das ist eine einzige riesige hässliche Blase, die jederzeit angestochen werden kann. Und der Coronavirus ist so eine Nadel, die das Potenzial hat, diese Blase anzustechen. Sollte der Ausbruch nicht eingedämmt werden können, ist klar, dass es zur Rezession kommt. So sehen wir beispielsweise in China, dass BMW den Produktionsstopp seiner Werke jetzt erstmal verlängern wird um eine weitere Woche und womöglich am 17. Februar die Produktion wieder aufnehmen möchte. Airbus setzt seine Produktion von Flugzeugen in China völlig aus. Monatlich werden dort vier Flugzeuge produziert, was 7% der Airbus-Produktion in diesem Segment ausmacht. Aber auch beispielsweise Foxconn, die Mainboards herstellen, aber auch Apple-Zulieferer sind. Diese haben auch die Produktion völlig eingestellt, schon vor ein, zwei Wochen wegen dem Coronavirus. Das heißt, wenn die nichts mehr produzieren, werden alle anderen Unternehmen, die diese Bauteile benötigen, nicht mehr weiter produzieren können. Diese Lieferkette aus Asien raus und wir diese nicht haben, dann stehen bei uns auch die Bänder still. Das heißt, das hat massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Foxconn möchte, wenn es gut läuft, in zwei Wochen die Produktion langsam wieder hochfahren, Schritt um Schritt, sodass sie im Monat wieder läuft. Aber auch beispielsweise das Tesla-Werk in Shanghai steht im Moment still und will die Produktion am 10.02. erst wieder hochfahren. Das IFO-Institut und die EZB-Chefökonom, die spielen das Ganze runter. Die Auswirkungen des Virus und einer möglichen Pandemie auf die Weltwirtschaft. Man tut so, als würde das keinen Einfluss haben, weil man den Coronavirus mit dem SARS-Virus vergleicht. Aber wir wissen, dass dieser Virus viel ansteckender ist und das Potenzial für eine Pandemie hat, was SARS in dieser Art nicht hatte. Wir sehen deshalb, dass die Notenbanken unlängst reagiert haben. Die chinesische Notenbank hat ebenso wie die Fed mittlerweile 174 Milliarden Dollar in den Repomarkt gepumpt und gestern erst nochmal 56 Milliarden. Wir sehen das an diesem Chart, dass das Federal Reserve System in den USA, die US-Notenbank, genau das gleiche macht, nachdem die Zinsen an kurzfristig Ende kurzzeitig auf 10% angestiegen sind, um sowas zu verhindern. Eben wegen dem Coronavirus, dass die Zinsen ansteigen und die Blase auch in Asien platzt und weltweit, schiebt man in China erstmals seit 2004 wieder Liquidität in die Märkte und das ist schon ein ganz drastisches Zeichen. Man hat auch die Kreditvergabe für Unternehmen in China gelockert. EZB-Chefin Christine Lagarde sagte zum Coronavirus, dass dies ein weiterer Unsicherheitsfaktor sei für die Konjunktur in Europa und auch Fed-Chef Powell sagte, wenn sich Chinas Wirtschaft verlangsamt, spüren wir das. Die japanische Zentralbank hat sogar bekannt gegeben, dass man bereits bereit sei für geldpolitische Interventionen, sollte das Coronavirus die konjunkturellen Aussichten eintrüben. Eine Lockerung steht zwar noch nicht unmittelbar bevor, die Risiken des Virus seien allerdings hoch und sollen auch die wachsende Unsicherheit verhindern, dass die Ausbreitung des Virus die globale Konjunktur bremsen könnte. Natürlich wird eine Pandemie zu einer Rezession führen, besonders nach dem längsten Konjunkturaufschwung in der Gesicht. Wir sehen überall Blasen und der Coronavirus hat das Potenzial, die Blasen anzustechen. Und die Notenbanken werden wie immer, wie ein paar flascher Hund, ganz gleich reagieren. Sie werden mit dem Drucken von Geld auf diese Krise reagieren. Und das wird die Fiat-Währungen abwerten und gleichzeitig den Goldpreis nach oben schießen lassen. Silber dürfte dann auch als monetäres Edelmetall mit nach oben schießen, sehr schnell. Der Coronavirus hat wirklich das Potenzial, sofort eine Rezession bzw. eine Stagflation zu verursachen, die sich gewaschen hat. Dann ist diesmal nicht die Ölkrise der Sündenbock, sondern ein Virus, der sich weltweit in einer Pandemie sukzessive verbreitet. Und in diesem Chart sehen wir den Goldpreis in chinesischen Yuan. Drei Jahre lang pendelte dieser um diese Marke von 8.500 Yuan und brachte letztlich im letzten Jahr mit dem Ausbruch des Goldpreises und allen anderen Fiat-Währungen nach oben aus und stieg letztlich von 8.500 Yuan auf 11.000 Yuan im Hoch. Der Coronavirus ist ein Thema, das uns noch sehr lange Zeit begleiten wird. Selbst im besten Fall der Eindämmung wird das noch Monate dauern, bis das Thema abgehakt ist und das unter Kontrolle ist. Und das ist das Best-Case-Szenario. Das heißt, die Chinesen werden alle Hände voll zu tun haben, um diesen Ausbruch wieder einzudämmen. Der Goldpreis wird hier definitiv weiter ansteigen. Das heißt, wir sehen den Goldpreis in chinesischen Yuan aufgrund dieser monetären Maßnahmen in China und der weiteren Verschuldung auch langfristig weiter steigen. Hier sehen wir, wie die chinesische Währung sich seit Jahren im Abwärtstrend befindet und dieser dürfte jetzt wieder an Fahrt zunehmen. Der Goldpreis in chinesischen Yuan wird dadurch ansteigen. Wer Gold hat, der ist geschützt, denn letztlich das Geld, das der Staat über die Verschuldung oder beziehungsweise das Drucken von Geld einnimmt und Ausgaben tätigen kann, holt er sich eigentlich hinterrücks über die Inflationssteuer aus den Taschen der Bürger. Von irgendwoher muss das ja kommen und dementsprechend kann man sich nur schützen, wenn man Gold und Silber hat, anstatt Papiergeld. Gold und Silber sind die härteste Währung der Welt. Gold und Silber ist Cash und wenn man schon Cash hält, dann bitte Gold und Silber, aber kein Fiat Money. Der Ausbruch des Coronavirus hatte sofortige Konsequenzen auf die Basismetalle, beispielsweise auf den Kupferpreis. Dieser ist massiv eingebrochen von 2,9 US-Cent je Pfund auf 2,5 Cent je Pfund ging es schnurstracks bergab. Binnen einer Woche ist der Preis drastisch eingebrochen, da man eine Abkühlung der Weltwirtschaft beziehungsweise eine Rezession sofort eingepreist hat. Und wie gesagt, der Coronavirus hat das Potenzial, die Blasen anzustechen und eine Rezession weltweit auszulösen. Auch der Rohölpreis, der fiel drastisch von 63 Dollar auf unter 50 Dollar, wobei man konstatieren muss, der Rohölpreis leidet unter einem permanenten Überangebot. Die Russen produzieren so viel wie noch nie und auch die Amerikaner mit 12,9 Millionen Barrel am Tag, so viel wie nie zuvor. Die OPEC Plus Länder werden sich deshalb Mitte Februar treffen, um über eine Kürzung der Tagesförderung um eine halbe Million Barrel zu beraten. Aber ob das reicht, den Rohölpreis zu stabilisieren, ist fraglich. Im Moment gibt es ein Überangebot am Rohölmarkt und wenn jetzt dann noch schwächende Nachfrage hinzukommt, weil einfach keine Autos mehr fahren, beziehungsweise die Industrie komplett still steht wegen dem Coronavirus, ja dann gibt es ein massives Überangebot und der Preis fällt ins Bodenlose. Da müssen die OPEC Plus Staaten auf jeden Fall reagieren. Im Moment aber noch schwach fürs Trading, ganz schwer das in die Finger zu nehmen, zu viele exogene Faktoren. Den steigenden Preis würde ich jetzt nach dem Rücksetzer trotzdem nicht wetten. Hier sehen wir den Goldpreis in Euro, da konnte es sich auf hohem Niveau halten wegen dem Coronavirus, aus diesem gleichen Grund. Der Euro befindet sich weiterhin auf Talfahrt, wieder unter 1,10. Ich erinnere daran, wir hatten damals bei 1,25 Anfang 2018 ein Verkaufssignal für den Euro gegeben zum US-Dollar. Wir wissen, auch der US-Dollar ist keine starke Währung, auch diese wertet zum Gold ab. Aber der Euro ist noch viel, viel schwächer, denn die Europäische Union ist sozialistischer, planwirtschaftlicher, zentralistischer. Und das alles führt dazu, dass die Produktivität und das Wachstum, die Innovationskraft im Keimer stickt werden und von hier aus auch nichts Gutes mehr gedeihen kann. Und dementsprechend geht es ja eigentlich nur bergab. Die Schulden werden sukzessive steigen und die anderen Länder können uns im Wettbewerb überholen. Und Europa hat hier nicht mehr viel zu melden. Kommen wir jetzt zu einem anderen Edelmetall, das massiv durch die Decke ging. Und zwar nicht wegen dem Coronavirus, sondern wegen dem persistenten Überangebot am physischen Markt. Das ist Palladium. Das konnte auf über 2.500 Dollar ansteigen. Im Tief 2016 notierte der Preis bei 450 US-Dollar. Ich hatte damals ein Kaufsignal für Palladium gegeben. Da ist enorme relative Stärke zeigte zu allen anderen Edelmetallen. In der blauen Linie sehen Sie hier zum Vergleich den Goldpreis. Der Goldpreis war früher zum Teil viermal so hoch wie der Palladium-Preis. Und nun notiert Palladium bei 2.400 Dollar und der Goldpreis gerade mal bei 1.550 Dollar. So kann sich das ändern und wenn man zur richtigen Zeit in das richtig Edelmetall investiert, das unbewertet ist, kann man eine massive Outperformance erzielen auf Sicht von 5 bis 10 Jahren. Bereits im Jahr 2016 hatte ich ja das Kaufsignal gegeben bei 450 Dollar aufgrund der relativen Stärke. Dieses Momentum hat dann immer weiter zugenommen, da sich dieser Engpass am physischen Markt immer weiter verschärft hatte. Dieses Defizit ist persistent, permanent. Die Nachfrage ist hoch nach Palladium und die Minen können nicht so schnell so viel produzieren, wie benötigt wird da draußen. Und im Moment ist, solange keine Rezession offen ausbricht, auch hier keine Trendwende in Sicht. Hier im Chart sehen Sie die aggregierten ETF-Bestände für Palladium weltweit und diese sind abgeschmolzen in den letzten Jahren unter steigenden Preisen. Das ist ganz klar, Investoren haben gekauft, mit steigenden Preisen wurden dann die Bestände zu guten Kursen verkauft und jetzt sind die Bestände eigentlich leer. Es kann also kein Angebot aus den ETFs mehr auf den Markt kommen. Da ist nicht mehr viel drin, das sind noch 600 Tonnen. Das waren mal im Hoch 2200 Tonnen vor ein paar Jahren noch. Und anstatt das Angebot auf den Markt kommt, kommen erste Käufer und legen sich sogar wieder Palladium rein in diesen ETF. Das bedeutet, das Angebot bleibt weg und die Nachfrage nimmt nochmal zu am physischen Markt. Und das sorgt eben dafür, dass der Palladium-Preis in den letzten Monaten fast exponentiell nach oben stieg. Nicht nur Tesla kann das oder der Bitcoin, auch Palladium und Silber und Gold werden das auch in der Zukunft vollziehen, wenn erstmal die physische Nachfrage so zunimmt aufgrund der Investment-Nachfrage, dass diese Preise durch die Decke gehen müssen. Wir stehen weltweit womöglich vor dem Beginn einer neuen Rezession. Das bedeutet, in einer Rezession nimmt die Nachfrage nach Industriemetallen, besonders Palladium und Platin stark ab. Wir sahen das bereits in der Rezession 2008 oder auch nach dem Platz in der Millennium Horse. Da ging es dann drastisch runter mit dem Palladium-Preis. Der brach mal ganz schnell um 70% ein. Bei Ausbruch einer Rezession nimmt die Nachfrage nach neuen Automobilen und LKWs schlagartig ab. Alle wollen sparen und ihren Konsum in die Zukunft verschieben. Das sorgt dafür, dass plötzlich die Nachfrage nach Palladium, das primär in Benzinkatalysatoren verwendet wird, völlig zum Erliegen kommt und plötzlich ist ein Überangebot in diesem Markt da und dann kann Palladium stark einbrechen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise aufgrund des Coronavirus eine Rezession ausbricht und die Nachfrage nach Automobilen und dementsprechend Palladium drastisch einbricht, dann kann der Palladium-Preis schlagartig unter Druck kommen. Das werden wir wahrscheinlich auch sehen in den nächsten Jahren, wenn die Rezession mal offen zu Tage tritt. Noch ist nicht so weit. Wir sahen mit diesem Einbruch am Aktienmarkt aufgrund des Coronavirus und mit der Angst vor einer Rezession auch einen kurzen Rücksetzer im Palladium. Aber noch bleiben wir bei der alten Aussage, noch ist das Defizit da. Solange die Volkswirtschaften glauben, dass alles in der Kontrolle ist und der Konjunkturzyklus sich fortsetzen wird, ist ja alles in trockenen Tüchern. Dann wird das Defizit am physischen Markt weiterhin Bestand haben. Und solange ein Defizit vorhanden ist, kann auch der Palladium-Preis weiter ansteigen. Hier sehen Sie das Platin-Palladium-Ratio. Da sagt uns, dass Palladium historisch teuer zu Platin ist. Dementsprechend ist der Kauf von Palladium sehr risikoreich. Platin hingegen ist historisch unterbewertet. Wir werden hier eine Substitution sehen von Palladium in Platin in den nächsten Jahren in der Industrie. Das wird die Nachfrage erhöhen. Und gleichzeitig gibt es politische Probleme in Südafrika, die dafür sorgen, dass die Energieversorgung in Südafrika nicht mehr sichergestellt ist. Hier gibt es ständig Blackouts. Und dann bricht auch die Minenproduktion in Südafrika ein. Platin wird hauptsächlich in Südafrika produziert. Auch Palladium, aber Platin hauptsächlich. Und wenn es dort Probleme gibt, dann kann der Platin-Preis wirklich explodieren. Binnen kürzester Zeit. Auf jeden Fall. Dieses historisch einmalig günstige Ratio von Platin zu Palladium sagt uns, dass wir spekulativ definitiv Platin, den Palladium vorziehen, wenn wir physische Ware in unser Edelmetall-Depot legen. Wir kaufen daher Platin in unser Edelmetall-Depot auf Sicht von 10 Jahren. Die Unterstützung bei 800 Dollar hat jetzt sehr lange Zeit gehalten beim Platin. Das kann auch mal zu einem Rücksetzer kurzzeitig kommen. Aber langfristig auf Sicht der 10 Jahren erwarten wir eine Outperformance von Platin zum Palladium und auch zum Gold. Das heißt, wir haben bessere Chancen bei gleichem Risiko bei diesem Edelmetall. Von daher ein ganz klarer Kauf langfristig. In diesem Chart sehen wir auch nochmal das Ratio von Palladium zu Gold. Hier zeigt sich auch, dass Palladium nur einmal in der Geschichte, nämlich in der Dotcom-Bubble, damals so teuer war im Vergleich zu Gold wie aktuell. Selbst Gold ist im Moment vom Chance-Risiko-Verhältnis her ein besseres Investment als Palladium. Silber sowieso, Platin auch. Wenn ich langfristig in Edelmetalle investiere, sollte ich daher eher auf Gold, Silber und Platin setzen. Wenn ich am Markt im Trading aktiv bin, dann folge ich dem Momentum im Augenblick. Dann gehe ich in Palladium rein und kaufe die Rücksetzer, weil sich immer noch relative Stärke zeigt. Und verkaufe die Anstiege beim Platin, weil sich da weiterhin relative Schwäche zeigt. Aber langfristig sieht das anders aus. Langfristig ist Platin der Kauf und Palladium der Verkauf. Kurzfristig ist es genau andersrum. Aber für alle physischen Investoren sei gesagt, Platin sollte man wirklich mit ins Depot aufnehmen. Und hier zuletzt noch einmal das Platin-Gold-Ratio. Sie sehen hier, das ist historisch günstig bei 0,63. Von daher ganz klar, gleiche Chancen bei einer Inflation, aber das geringere Risiko. Und soll es nur zum Mittelwert zurückkehren, dann könnte man mit Platin sogar die doppelte Performance zum Gold haben auf Sicht der nächsten 10 Jahre. Und das ist interessant, das ist wirklich interessant. Deshalb 10% des Edelmetalldepots in Platin allozieren, macht vollkommen Sinn. Werfen wir also einen Blick auf die neuesten Daten des World Gold Council zum Angebot und der Nachfrage nach Gold im 4. Quartal 2019 und auf das gesamte Jahr 2019 gesehen. Die weltweite Gesamtnachfrage fiel im 4. Quartal im Jahresvergleich um 19% auf 1045 Tonnen. Dafür gab es zwei Gründe. Zum einen nahm die Nachfrage nach Schmuck und nach physischen Bahnen deutlich ab. In US-Dollar war dieser Rückgang jedoch geringer. Das Volumen hat zwar abgenommen, aber da der Preis gestiegen ist, war es fast gleich. Hier entsprach der Rückgang nur 3% bzw. 49,7 Milliarden Dollar. Auf das gesamte Jahr 2019 gesehen, gibt es nur einen kleinen Rückgang in Nachfrage um 1% auf 4355 Tonnen. Da es sehr viel Investmentnachfrage gab in ETFs und ähnlichen Produkten, während die Verbrauchernachfrage nach Münzen und Bahnen abgenommen hat aufgrund der hohen Preise. Also diametral gegensätzlich. Investoren haben in ETFs gekauft, der Preis ging nach oben und gleichzeitig hat die Nachfrage nach Bahnen und Münzen im ähnlichen Volumen abgenommen. Die jährliche Nachfrage nach Goldbauen und Münzen sank im Jahresvergleich um 20% auf 870 Tonnen und das ist der niedrigste Stand seit 2009 und somit ein 10-Jahrestief. Ein Großteil des Rückgangs war auf einen starken Rückgang in den beiden großen Märkten China und Indien zurückzuführen, wegen dem Preisanstieg, aber auch weil die Binnenwirtschaft in beiden Ländern schwach war. Auch die jährliche Nachfrage in den USA sank auf ein neues Tief nach der Finanzkrise von 20 Tonnen im Jahr. In den USA hat es der Goldpreis ganz schwer gehabt, denn dort hausieren die Aktienmärkte ja bekanntlich ganz extrem. Das hat einerseits zu der niedrigeren Nachfrage geführt, aber auch der gestiegene Goldpreis. In Europa gab es auch einen Rückgang zum Vorjahr, 11% auf 153 Tonnen, aber immer noch relativ stark. Unter den Europäern bleiben die Deutschen die stärksten Käufer. Hier gab es weiterhin stabile Käufe und auch die australische Perthment sagte sogar, dass die Goldmünzverkäufe im Dezember fast gänzlich auf die starke Nachfrage in Deutschland zurückzuführen war. Warum? Eben wegen der Änderung im Geldwäschegesetz, weil alle nochmal vor Jahresende große Summen anonym kaufen wollten, bevor es dann im nächsten Jahr nicht mehr so einfach möglich ist. Das hatte zu diesen bekannten Warteschlangen bei den Edelmetallhändlern geführt im Dezember. Das hatte selbst die Perthment bemerkt. Es gibt noch eine Ausnahme, das waren die Türken, die haben 138% mehr als im Vorquartal gekauft und im Gesamtjahr waren es immerhin 53 Tonnen. Das ist ein Anstieg von 40% zum Vorjahr. Die Türken waren auch starke Käufer bei der Münster- und Bahn-Nachfrage. Bei den ETFs, also den Exchange Traded Funds, gab es Mittelzuflüsse im dritten Quartal im Volumen von 256 Tonnen. Im vierten Quartal dann nur noch 26 Tonnen. Hier sah man dann diesen Anstieg im ersten, zweiten, dritten Quartal. Im gleichen Maße ist der Goldpreis angestiegen und im vierten Quartal gab es dann weniger Käufe. Insgesamt aufs Jahr gesehen wurden 401 Tonnen gekauft. Die Zuflüsse waren im dritten Quartal stark konzentriert, als der Goldpreis in US-Dollar auf ein 6-Jahres-Hoch stieg. Der enorme Anstieg der ETF-Zuflüsse entsprach fast dem starken Rückgang der Verbrauchernachfrage im Jahr 2019, also Münzen und Bahn. Insgesamt führten die neuen Zuflüsse in die ETFs zu einem Rekordbestand in Höhe von 2885 Tonnen in allen ETFs weltweit. Die Notenbanken in der Welt kauften das zehnte Jahr in Folge Edelmetalle. Sie waren Netto-Käufer und so stiegen die globalen Reserven im Jahr 2019 um 650 Tonnen. Das ist der zweithöchste Anstieg in den letzten 10 Jahren, nur im Vorjahr war es noch um 1% mehr. 15 Zentralbanken tätigten Netto-Käufe von einer Tonne oder mehr. In den letzten 10 Jahren stiegen die weltweiten Währungsreserven um etwa 5000 Tonnen auf geschätzte 34.700 Tonnen. Dies entspricht Netto-Käufen von durchschnittlich 500 Tonnen im Jahr allein durch die Notenbanken. Und die Notenbanken leisten damit ihren Beitrag zum Anstieg des Goldpreises. Sieht man sich das noch etwas genauer an, dann sieht man, dass die Türken 159 Tonnen kauften. Das ist ein Anstieg von 63% im Jahresvergleich und die haben jetzt Gesamtbestände von 413 Tonnen. Die Polen kauften im letzten Jahr 25 Tonnen hinzu und in diesem Jahr nochmal 94 Tonnen, das ist richtig viel. Die Russen waren kräftige Käufer mit 158 Tonnen, aber immerhin 42% weniger als im Vorjahr. Und die Chinesen, die kauften nur 95 Tonnen und erhöhten ihre Bestände auf 1.948 Tonnen, was enorm ist. Wir wissen, die Chinesen produzieren selbst sehr viel Gold und da wissen wir nicht, wie viel der jährlichen Produktion auch hier in die Goldreserven mit reinlaufen. Weitere Zentralbanken, die gekauft hatten waren Kasachstan, Indien, für die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Ecuador, Serbien. Man sieht also, keine westlichen Notenbanken kaufen, das sind alles östliche Notenbanken, die nicht unter der westlichen Einflusssphäre stehen. Die westlichen Notenbanken werden Teufel tun, wobei Polen die einzige Ausnahme hier in diesem Fall ist, in Europa die Nettokäufer sind. An diesem Chart sehen Sie noch einmal schön, wie die Notenbanken in der letzten Dekade zu Nettokäufern sich gewandelt haben, während sie in der Dekade davor Nettoverkäufer waren, damals haben sie den Preis gedrückt und seit dem Jahr 2010 sind sie Nettokäufer. Im Durchschnitt haben die Notenbanken bis 2010 so circa 400 Tonnen, 500 Tonnen im Jahr verkauft. Jetzt kaufen die Notenbanken im Durchschnitt 500 Tonnen hinzu, wobei die Nettoverkäufer damals die westlichen Notenbanken waren und diese verkaufen im Moment jetzt nichts, offiziell zumindest nicht, aber die östlichen Notenbanken, die freien Notenbanken, die sind Nettokäufer im Volumen von 500 Tonnen pro Jahr, was ungefähr den damaligen Nettoverkäufen entspricht. Zum Schluss sehen wir uns jetzt noch das Goldangebot an. Dieses stieg um 2% auf 4776 Tonnen im vergangenen Jahr. Dieses Wachstum war ausschließlich auf das Recycling zurückzuführen. Die hohen Preise haben eben dafür gesorgt, dass viele ihren Schmuck verkauft haben, Münzen hergegeben haben. Das Recycling nahm um 11% zu und so konnte der leichte Rückgang um 1% in der Minenproduktion ausgeglichen werden. Sie sehen das in diesem Chart. Die Minenproduktion stieg in der letzten Dekade von 2600 Tonnen auf 3500 Tonnen pro Jahr. Also 1000 Tonnen werden aktuell mehr produziert als noch vor 10 Jahren. Und in diesem Jahr gab es erstmals einen leichten Rückgang um 1% der Minenproduktion. Die Minen nutzen diesen Anstieg der Edelmetallpreise natürlich dafür, ihre Ware vorwärts zu verkaufen, sich abzusichern am Terminmarkt. Diese ging 29,9 Tonnen Gold short. Und insgesamt hat das globale Hedgebuch bei den Minen ein Volumen von 265 Tonnen Gold aktuell. Der Brexit ist endlich vollzogen, womit die Briten das politische Europa verlassen haben. Warum das gut ist und Wohlstand bringen wird, zeigt ein Beispiel aus der EU, von dem ich erst heute las. Das Europaparlament will künftig per Gesetz und Zwang eine einheitliche Steckertechnik vom Mobiltelefon erzwingen. Sprich allen Handyherstellern soll per Gesetz und Zwang vorgeschrieben werden, einheitliche Stecker für alle Geräte zu verwenden, wogegen sich die Hersteller natürlich wehren. Auf den ersten Blick mag sich das gut anhören, wenn es nur noch einen anstatt zwei oder drei Stecker gibt. Aber dieses Beispiel demonstriert das ganze Dilemma des politischen Europas. Die Parlamentarier haben noch nie etwas von Innovation durch den Wettbewerb der besseren Ideen gehört, noch besitzen diese grundlegende Wirtschaftskompetenzen. Im Wettbewerb der Steckertechnologien hat es sich immer und wird sich letztlich von ganz allein ein Standard auf ganz freiwilliger Basis entwickeln. Die beste Steckertechnologie wird sich letztlich am Markt durchsetzen und von allen anderen Herstellern adaptiert werden. Erzwingt man nun künftig per Gesetz einen einheitlichen Stecker, so werden neue Steckertechnologien verhindert, da kein Hersteller einen Alleingang mehr mit einer besseren Technologie wagen darf. Dies wird Innovation und technologischen Fortschritt ausbremsen und Wachstum sowie Innovation in Europa weiter verhindern. Genauso wie mit diesen Steckern verhält es sich in ganz Europa mit der Vereinheitlichung des politischen Europas und der Politik. Und jetzt da England ausschert, gibt es wieder neuen Wettbewerb und viele Entscheidungen Brüssels müssen dann in Frage gestellt werden letztlich. Es dürfte für die Angelsachsen daher sehr einfach sein, eine bessere Politik zu machen als in Europa, was letztlich zu einer Abwanderung von Kompetenz, Unternehmen und Wirtschaftskraft nach England sorgen wird. Wir können daher feststellen, dass sich die immer weniger demokratischen Prinzipien folgen der EU schnellstmöglich im Sinne seiner Bürger reformieren muss. Die heutige EU ist nämlich genau das Gegenteil von Subsidiarität und Demokratie und steht damit auch dem Konzept der Freiheit entgegen. Die EU hat immer stärkere zentralistische und planwirtschaftliche Züge angenommen in den letzten Jahren. Ein Umfeld, in dem Wohlstand, Frieden und Freiheit nicht dauerhaft prosperieren können. Entgegen der landläufigen Meinung, dass die EU Frieden und Freiheit sich hinwürde, passiert nämlich genau das Gegenteil. Viele kleine unabhängige Staaten wären genau das Gegenmodell. Sie stellen aufgrund des hierdurch initiierten Wettbewerbs der Staatskonzepte das idealtypische Bild einer freiheitlichen Gesellschaft dar, die einen überbordenden Staat bereits von vornherein die Grundlage der Entfaltung entzieht. Ein gigantischer zentralistischer Staat hingegen, wie wir es in Europa haben, ist der Archetypus einer sich schleichend entfaltenden Diktatur. Daher wäre ein Europa der vielen kleinen Lichtensteins besser. Dies würde den Wettbewerb stärken und die Machtausdehnung der Politik begrenzen, sowie zu niedrigen Steuern sowie Marktwirtschaft anstatt Sozialismus führen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das britische Pfund in den nächsten Jahren zum Euro zur Stärke neigen wird. Die Briten dürften sich besser entwickeln, viel schlechter als die EU ist es eigentlich gar nicht möglich, dass man politische Entscheidungen trifft. Wir sehen hier im Chart den Goldpreis im britischen Pfund, der war im letzten Jahr stark gestiegen, als das britische Pfund abgestützt ist. Wir hatten damals antizyklisch ein Kaufsignal bei 1,21 gegeben, mitten im Ziel bei 1,32. Es ging kurzzeitig auf 1,35 nach oben. Aktuell korrigiert der Wechselkurs und er könnte noch etwas korrigieren, aber mittel- bis langfristig sehe ich das Pfund fundamental gesehen im Aufwärtstrend. Der Goldpreis wird im britischen Pfund daher nicht ganz so stark steigen, aber letztlich ist auch das britische Pfund nur eine Viertwährung, die aus dem Nichts geschaffen wurde. Hier in den Coddaten sehen wir nochmal, als das Pfund bei 1,21 war es in Kauf. Jetzt liegen die Coddaten im Verkaufsbereich, wobei der Brexit natürlich dafür sorgen kann, dass es gar nicht zu dem so starken Rücksetzer kommt. Aber kurzzeitig sehen wir jetzt im Moment eher keinen Anstieg, eher sell the facts. Das Ganze ist gelaufen, etwas abwarten und dann gibt es vielleicht die nächste Chance, aber in den nächsten Jahren sehen wir ein hausziehendes Pfund. Also die Briten werden sich wahrscheinlich viel besser entwickeln als die EU und für den Rest der EU-europäischen Länder gilt jetzt den letzten beißen die Hunde. Wer als erstes das sinkende Schiff verlässt, kommt noch davon und alle anderen wird es am Schluss erwischen. Der Letzte zahlt die Zeche. Deswegen sollte man schauen, dass wir da rauskommen, wobei wenn Deutschland austritt als Nettozahler, dann bricht sowieso alles zusammen. Also wir sind hier eigentlich auf verlorenen Posten, wir kommen da nicht mehr raus mit unserem Vermögen. Deshalb wird der Euro weiter abwerten. Die Europäische Zentralbank wird weiterhin Geld drucken und davor müssen sie sich schützen. Gegen diese neuen Steuern, gegen diesen Zentralismus, gegen diese Rettungspolitik, gegen die Gelddruckprogramme, die ihnen ihre Sparnisse rauben. Kaufen sie Gold und Silber zur Absicherung, damit sie auch nach dem Kollaps noch Geld in der Tasche haben und ein gutes Leben führen können. Kommen wir also zur allseits beliebten technischen Analyse für Gold, Silber, Platin und Palladium. Mit einem kurzen Ausblick auf die Minen zum Schluss. Wir sehen hier die Terminmarktdaten für Gold und diese sind auf historisch einmaligem Extremsniveau noch nie. Waren die Spekulanten so bullisch, wobei es im letzten Jahr mehrere Faktoren gab, die den Preis noch zusätzlich gediehen haben. Es gab bis dato keine Korrektur, das hätte man erwarten können. Aber es gab den Handelskrieg der USA mit China, das hatte für einen nochmaligen Anstieg des Goldpreises gesorgt. Dann zum Jahreswechsel saß nach einer Korrektur aus, dann kam dann der Iran-Konflikt. Man hatte sich gegenseitig mit Raketen beschossen, das hat den Goldpreis getrieben und nun ist der Coronavirus da. Ebenfalls für riskoffene Märkten sorgt. Die Investoren gehen in Anleihen rein, in den Goldmarkt rein. Wobei die Koddaten zuletzt diese Stärke nicht zeigten. Trotz Coronavirus, wir sahen in den Koddaten hier eigentlich eine neutrale Entwicklung in den letzten zwei Wochen. Das hat überrascht. Und deshalb ist der Goldpreis aktuell auch wieder bei 1550 Dollar. Wir sehen hier auch nochmal die einfache Darstellung in der Ampelfarbe. Rot, Gelb und Grün. Sie sehen hier, die Koddaten sind rot. Damit ist ein weiterer dynamischer Anstieg zum aktuellen Zeitpunkt unwahrscheinlich, sofern der Ausbruch des Coronavirus eingedämmt werden kann. Bricht das Ganze weiter aus, dann kann es weiter nach oben gehen. Wenn die Notenbanken drucken, dann sind die Koddaten egal. Die werden dann die relative Stärke bestätigen und uns zeigen, dass es weiter nach oben geht. Über 1550 Dollar ist der Goldpreis long. In diesem Chart sehen wir hier den Goldpreis in Euro. Nach der ersten Korrektur ging es am 23. Dezember ganz traditionell wieder nach oben mit einem Ausbruch. Dann kam dieser Iran-Konflikt zu Neujahr und jetzt der Coronavirus. Deswegen kann sich Gold auf hohem Niveau aktuell halten und es kommt zu keiner Bereinigung am Terminmarkt. Wir sehen das Ganze nochmal hier in US-Dollar. Hier sah das Ganze noch aus, als würde sich ein Doppeltop ausbilden. Das steht immer noch aus. Schafft man es jetzt, das Ganze mit dem Coronavirus zu überdecken, nicht mehr zu thematisieren, schön Wetterpropaganda zu verbreiten, dann ist es immer noch möglich, dass es hier zu einem Doppeltop kommt. Wir hedgen unsere physischen Positionen unter 1550. Im Trading sind wir spekulativ unterwegs bei Blush.Research.de auch unter 1550. Wobei wir enge Stopps setzen müssen wegen dem Coronavirus. Hier kann jederzeit etwas passieren. Das letzte Jahr hat uns mit Trump gelehrt, dass hier jederzeit über Nacht, übers Wochenende neue Infos in die Märkte kommen können, die man nicht auf dem Radar hat. Plötzlich werden irgendwo Raketen beschossen, irgendein neuer Handelskonflikt mit irgendeinem Land und der Goldpreis geht nach oben. Also Stopps setzen, aber unter 1550 hedgen wir. Über 1550 ist Gold weiter long und kann im Umfeld einer weiteren lockeren Geldpolitik weiter ansteigen. Hier nochmal das Ganze in einem kurzfristigen Zeitfenster. Die Frage Doppeltop, ja oder nein? Unter 1550 würden wir sagen, ja, darüber nein. Hier das nochmal im Intraday-Chart. Dieses Doppeltop, wir sehen den Anstieg zum 23.12. über den Abwärtstrend. Hier gab es ein Kaufsignal. Das führte dann mit dem Iran-Konflikt auf 1611 Dollar. Den Goldpreis kam zurück, dann kam der Coronavirus und jetzt hält sich das auf relativ hohem Niveau. Wobei wir eigentlich mehr Nachfrage erwartet hätten auf diesem Preisniveau. Die Terminmarktdaten für Silber sind auch im bärischen Bereich, wie Sie sehen. Die sind im roten Bereich. Das bedeutet, Silber könnte kurzfristig noch einmal unter Druck kommen. Silber ist nicht nur ein monetäres Edelmetall, sondern allen voran im Augenblick ein Industriemetall. Und wenn sich die globale Wirtschaft eintrübt, dann kommt der Silberpreis eigentlich auch unter Druck. Erst wenn der Goldpreis durch die Decke geht, kann Silber auch massiv profitieren. Wir sehen hier den langfristigen Abwärtstrend beim Silber. Der wurde gebrochen in Eurobasis. Die Unterstützung bei 12,50 Euro hatten wir all die Jahre als nachhaltiges Kauf- und Unterstützungsniveau gesehen und als Kaufniveau empfohlen. Es kam dann zum Ausbruch aus dem Abwärtswind und zu einem dynamischen Anstieg auf fast 18 Euro je Feinunze. Jetzt korrigiert aktuell der Preis. Sollte Gold unter 15,50 fallen und der Coronavirus sich nicht so stark auf die Märkte ausspielen, dann ist es noch einmal möglich, dass auch der Silberpreis 1, 2 Dollar oder gar 1, 2 Euro fällt kurzzeitig. Diesen Rücksetzer sollte man aber dann für Käufe nutzen. Sie sehen hier schon in diesem Chart so einen leichten blauen Aufwärtstrend. Der könnte intakt bleiben. Die Notenbanken drucken hier Geld in Europa und in den USA und das ist Bullish. Hier das Ganze nochmal im Daily Chart. Diesen Ausbruch, ersten Rücksetzer, erste Korrekturwelle, jetzt eine Gegenbewegung und eine zweite Welle steht auf jeden Fall noch aus. Eine C, dementsprechend hier nochmal 1, 2 Dollar auf der Unterseite sind durchaus kurzzeitig möglich, sofern keine exogenen Faktoren mit reinspielen. Die haben wir leider im Moment mit dem Coronavirus und da haben wir ein Auge drauf. Hier sehen wir das Ganze noch einmal für Silber in US-Dollar Intraday. Der Silberpreis konnte vom Coronavirus nicht mehr profitieren wie der Goldpreis, sondern zeigte eher leichte Schwäche, genauso wie Platin und Palladium, was reine Industriemetalle sind und unter der neuen Rezessionsangst litten. Gold, also monetäres Edelmetall, profitiert in einer Rezession, auf die die Notenbanken mit Inflation reagieren werden, aber Platin und Palladium leiden darunter, kurzfristig zumindest und Silber auch. Und deswegen kann es hier nochmal kurzzeitig nach unten gehen. Die Terminmarktdaten für Palladium sind extrem Bullish. Sie zeigen uns enorme relative Stärke und ein weiteres Defizit in diesem Markt. Sie sehen, die Positionierung ist nach unten gegangen, ist weiter in den grünen Bereich vorgedrungen, obwohl der Preis steigt. Das ist Trend bestätigt und das ist extremst Bullish. Das Defizit ist immer noch vorhanden. Dementsprechend bleibt es dabei, obwohl der Preis so gestiegen ist, sind Rücksetzerkaufmöglichkeiten. Der Preis für Palladium stieg vom Tief im Jahr 2008 bei 160 Dollar auf mittlerweile 2.500 Dollar. Das ist ein Plus von 1.462 Prozent. Sie sehen aber auch, in 2008 stand der Preis schon mal bei 600 Dollar und brach dann einen auf 160 Dollar in der Rezession. Das bedeutet, auch wenn jetzt durch die Corona-Virus die Rezession plötzlich mit einem Schlag ausbrechen sollte, die Automobilnachfrage abnehmen sollte, dann kann es sofort zu einem Überangebot in diesem Markt kommen und zu einem drastischen Einbruch. Das würde ich aber dann schon als Kaufschance sehen. Sollte Platin auch unter Druck kommen? Dann fassen wir mit großen, vollen Händen rein und kaufen. Was das Zeug hält? Stellen Sie sich vor, sind wir eine Unze Platin für 400 oder 300 Dollar bekommen? Oder Palladium nochmal für 700 oder 600 Dollar? Das legen wir uns dann ins Edelmetall-Depot. Hier sehen wir nochmal die Trading-Signale für Palladium. Das Kaufsignal Anfang August 2018. Den ersten Take-Profit mit zwei weiteren Kaufsignalen. Und seitdem ist dieser Markt einfach long. Und wir empfehlen jeden kleinen Rücksetzer zu kaufen, aufgrund des enormen Defizits, wie wir heute schon besprochen hatten. Sie sehen, jeder Rücksetzer wird gekauft. Auch hier im kurzfristigen Zeitfenster, die Rücksetzer gehen immer nur bis zur letzten Unterstützungsmarke. Rein technisches Trading und sofort wird gekauft. Das Defizit spielt sich sofort wieder aus und der Preis kann ansteigen. Im Platin zeigt sich leider genau das Gegenteil. Hier gilt es weiterhin, es gibt ein physisches Übangebot. Wir sehen, die Positionierung am Terminmarkt hat sich ausgeweitet. Sogar verdoppelt im Vergleich zum letzten Mal, als der Preis bei 1000 Dollar stand. Und der Preis ist auf dem gleichen Niveau. Das heißt, die Spekulanten haben sich massiv ins Zeug gelegt. Aber es gab ein Überangebot am physischen Markt. Dementsprechend ist dieser Platin-Preis stark rückschlagsgefährdet. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser sogar noch einmal einen massiven Long-Drop erfährt, wenn alle long gehen. Und die Bullen glauben hier in diesem Fall eben, dass Platin den gleichen Anstieg wie Palladium vollziehen könnte. Wird es vielleicht in der Zukunft machen, aber noch nicht jetzt. Und letztlich kommt es irgendwann zum Long-Drop und dann reißt der eine Bulle mit der Auflösung seiner Position den anderen Bullen mit nach unten. Es kommt zu einem kaskadenartigen Verkauf und schon geht die Lawine wieder nach unten weg. Wir sehen hier langfristig zwar, dass der Abwärtstrend überwunden wurde. Das ist ein langfristiges Kaufsignal. Das muss man beachten. Deswegen haben wir auch physische Ware gekauft. Aber mit einem Zeithorizont auf 5 bis 10 Jahren. Wir wollen von diesem niedrigen Ratio von Platin zu Gold, Silber und Palladium profitieren. Deswegen haben wir hier reingekauft. Kurzfristig im Trading sind wir auf der Short-Seite aktiv und erwarten noch einen deutlichen Rücksetzer. Dieser kann gehen bis in den Bereich von 860 Dollar. Das ist unsere erste Zielmarke. Und dann wollen wir uns mal die Code-Daten ansehen, wie sie sich entwickelt haben. Wir hatten bei 1000 Dollar ein Verkaufssignal gegeben. Das war der Verkaufsbereich, schwache Code-Daten. Und es sieht ganz danach aus, dass sobald diese Kreuzunterstützung hier in dem Bereich bei 960 Dollar bricht, wird es untergehen in Richtung 870 Dollar beim Platin. Und dann müssen wir uns die Daten mal ansehen. Wenn sich der Terminmarkt bereinigt hat, ist das vielleicht ein Kaufniveau oder eben nicht. Hängt ganz vom Umfeld ab. Aber kurzfristig rechnen wir jetzt in den nächsten 2 bis 3 Wochen mit einem deutlichen Rücksetzer beim Platin. Das können wir dann im nächsten Webinar in einem Monat besprechen. Zum Schluss ein kurzer Blick auf die Minen anhand des HAUI Gold Minenindex. Wir sehen hier, die Minen halten sich auf hohem Niveau. Konnten zuletzt von der Corona-Panik nicht mehr profitieren. Womöglich wird hier schon eine Korrektur des Goldpreises eingepreist. Das ist schwer zu sagen. Aber sollte Gold nochmal unter 1550 Dollar gehen in einem guten wirtschaftlichen Umfeld. Wir hatten ja ursprünglich eine sehr gute Wirtschaftsentwicklung mit geschönten, guten Daten. Seitens der Regierungen bis zu den Neuwahlen in den USA erwartet. Mit dem Coronavirus hat sich jetzt viel verändert und das müssen wir jeden Tag auf der Agenda haben. Das beobachten wir jetzt ganz stark, wie sich diese Situation entwickeln wird. Denn das hat massiver Einfluss auf die Märkte und auf die Weltwirtschaft. Aber sollte das Ganze im Best-Case-Szenario ausgehen, dann könnte es nochmal sein, dass die kurzzeitig unter Druck kommen. Aber nicht mehr viel. Wir sehen hier im Langfrist-Chart, dass sich ein neuer Aufwärtstrend gebildet hat. Der Abwärtstrend wurde gebrochen. Es kann jetzt nochmal zu einem kurzzeitigen Rücksetzer auf ca. 180 Punkte im HAUI kommen. Aber danach wird es wahrscheinlich steil weiter nach oben gehen. Wem zu viel Risiko im Standardaktienmarkt ist, der kann jetzt wechseln in den Gold- und Silberminenmarkt. Hier erwarten wir in den nächsten 10 Jahren eine massive HAUS und eine Outperformance des Standardaktienmarktes. Dementsprechend ist es zu empfehlen, das Ganze mit in eine Vermögensallokation mit reinzunehmen. Goldminen auf jeden Fall. 20 Prozent, wer noch Standardaktien hat, würde ich doch guten Teil wechseln. Hier sehen wir das Ganze nochmal anhand des XAUI. Die Trendlage etwas schöner, einen schönen Aufwärtstrends haben wir. Dann ein Wedge mit einem bullischen Ausbruch, mit einem Aufwärtstrend. Und dieser wird gerade gebrochen. Fällt der XAU unter 100 Punkte, kommt es auch hier noch einmal zur Korrektur. Dafür muss der Goldpreis aber unter 1550 notieren. Und dann kann es nochmal kurzzeitig bergab gehen. Diesen Rücksetzer muss man aber dann nutzen, um zu kaufen. Um dabei zu sein, und da würde ich dann aber auch long bleiben in diesem Markt. Denn mit den steigenden Edelmetallpreisen steigen die Margen für die Minen und damit auch deren Bewertung. Die Minen sollten dann stahl nach oben gehen und das sollte man nicht verpassen. Wobei man langfristig sagen muss, Minen sind keine Witwen und Weißenpapiere. Hier kann es immer mal wieder zu starken Rücksetzern kommen. Anstiege dann auch mal nutzen, um Gewinne mitzunehmen. Rücksetzer kaufen ist hier die richtige Strategie. Im März am 21. findet der große Go4Gold Kongress 2020 der Solid-Gruppe statt. Wir haben hochkarätige Referenten für uns gewinnen können. Prof. Dr. Hans-Werner Sinn, Dr. Daniel Stelter, Dr. Daniele Ganser, Marc Friedrich und Matthias Weick, Lutz Wagner, Robert Wittje, Tim Schieferstein und das Ganze wird Andreas Frannig moderieren. Am 21. März im Rhein-Main-Kongress in der Wiesbaden. Mehr gibt es auf go4gold.de Wie immer, kurz Empfehlung zu unserer Solid-Edelmetall-App fürs Handy. Hier haben Sie alle Ratios, neuesten Meldungen, die Edelmetallpreise und Ihr Depot bei uns sofort auf einen Blick. Sie können hinzukaufen. Es gibt immer neue Funktionen. Laden Sie sich sie hinunter im App Store oder bei Google Play und Sie haben die ganze Welt Edelmetalle auf einen Blick in Ihre Hosentasche. Das nächste Webinar gibt es wieder in einem Monat. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen viel Erfolg und alles Gute. Das nächste Webinar gibt es wieder in der Bib imitation. Vielen Dank. Das nächste Webinar Divina